Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf Lieberwinkel. Lieberwinkel Krimi. So, wir müssen mal eben unsere Presse suchen. Wir müssen ja noch heute pressen. Oh, da ist sie ja. Nehmen wir den Hobel so lange wär. Damit wir hier an Stiesel kommen, ne? Das muss ja noch gemacht werden, neu gepresst. Unsere Drillmaschine. Unser Seher ist, glaube ich, am Sehen, ne? Manchmal macht er es, manchmal auch nicht. Aber da können wir uns jetzt gerade mal nicht drum kümmern, weil wir noch heupressen müssen, ne? Und dann kommt die große Frage, wie kriegen wir die Ballen zu den Hof? Letzte Folge haben wir ja unsere Grasziele nur abgedeckt, ne? Das haben wir ja geschafft. Und was habe ich gesagt? Oh Mann. Der geht mir auf den Zünder. Heider, nein. Entschuldigung. Hehehe. Echt. Machen wir den letzten Rest hier vom Schützenfest selber, was soll's. Dann kriegt's ja doch nicht hin. Und Svenni auch, ne? Und Svenni auch, ne? Und Svenni auch, ne? Ja, dann haben wir das aber auch gleich wenigstens die erste Fläche schon entledigt, ne? Wir müssen auch noch mal Geld aufnehmen. Ähm. Ähm. Mal wegen, ja. Passt alle noch nicht von, von die, äh, ganzen Thematik und so. Wir müssen auch mal richtig Kohle aufnehmen, ey Leute. Verklappt das alle? Ich hoffe, der hat die überall überall richtig gedrillt, ey. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Nicht so sicher. Ein, zwei Maschinen nur austauschen würde ich ganz gerne. Ähm. Wir müssen auch noch was mieten, für den nächsten Ingame-Teil. Also müssen wir auch ein bisschen gucken, dass wir mit unseren Talers hinkommen, ne? Das ist ja auch die große Frage. Dass wir auch hin, lang kommen, ne? Mit dem Geld. Wir müssen auch noch Futtermittel organisieren. Und eigentlich wollten wir auch noch Schafe kaufen. Puh, 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 puh. Steine Sammler brauchen wir auch noch. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel Geld wir überhaupt noch aufnehmen können. Und jetzt kommt der Sinne, hier ist mal auch Futtermittel. Aber wir brauchen eine Walze. Ich würde den Kerner-Akrobagenen kaufen, ne? Habe ich irgendwie Bock drauf? Hier ist das nur fertig. Und dann haben wir noch eine Fläche, ne? Nicht vorwärts. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel wir mit dem... ...jahr lang kommen. So. Aber ich würde echt gerne ein paar Mischscharfe auch mal in den Stall stellen, ne? Und das wird ja auch mal so ein bisschen Tollas verdienen und so, ne? Das hätte schon echt Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch, dass man sieht, dass man da auch vorankommt, ne? Das ist ja noch Gras reinmalen, ne? Hab ich noch nicht. So. Du fängst mir jetzt hier bitte an zu sehen. Uh! Das ist... ...heut schon wieder nicht mein Dach. Geh, geh, geh. Wann mal an. So, wir brauchen den ersten Wegpunkt, ne? Kein cooles. Bli, bla, blub. Ne, mach mal lieber noch eine Bahn mehr, dann kannst du besser drehen. Äh, das ist Feld. Jetzt sag doch mal schnell, welches ist das? 21? Ja. Äh, Feld 21. Speichern. Aktivieren. Säen, ne? Dryen. Perfekto. So, wir müssen den eben wieder ins Rollen kriegen, ey, damit der auch fährt, ne? Das ist auch nicht schön bei diesem Valtra. Äh, äh, wir müssen den tanken. Müssen wir ausnahmsweise jetzt so machen und Geld abziehen. Ach so. Wie viel wird kostet Diesel? Wie machen wir 2 Euro? Äh, entferne. 500, ne? So. So, da-dam. Da-dam, ey, die fressen aber auch Sprit wieder, du. Nicht normal. Dann lasst uns mal eben gucken, wie viel wir überhaupt noch leiden können. 300.000, das wir noch haben. Stall voll machen. Okay. Nimm mal P. Ähm. Die kommt weg. Verkaufen. Jo. Weil wir wollen ganz gerne... Sag mal hier. Äh, ich hätte gerne den. Die machen wir ruhig dran. Der kann auch dran. Kaufen. Dann hätte ich gerne die Walze dahinter. Und... Hätte gerne den Mulcher davor, ne? Dann sparen wir uns nämlich einen Arbeitsschritt. Coole Sache. Find ich cool. So, wir brauchen noch eine Walze, ne? Das ist ja ganz wichtig. Walze. Da. Die brauchen wir auch noch. Die haben wir nämlich auch nicht. Dann nehmen wir die. Kaufen. Okay. Das passt. So. Wir brauchen später noch einen Ballenbau. So, dann macht er jetzt mal seinen Job. Und wir müssen jetzt hier auch mal wieder ein Toch kommen. Heider nein. Wir müssen noch heute presse. Die Presse müssten wir eigentlich auch noch austauschen, ne? Machen wir später erstmal jetzt hier das. Dann sehen wir zu, dass wir einen Ballenwagen organisiert kriegen. Müssen gucken, dass wir die Futtermittel für die Schafe noch rankriegen. Das wäre ja auch schön, dass wir Milchschafe kaufen können. Dass das auch läuft, ne? Dann haben wir da schon mal so ein bisschen Einkommen. Das wird nicht einfach, ne? Aber das ist halt so im Leben. Es ist nix umsonst. Aber wenn ihr jetzt nicht investierst, dann bleibst du auf der Strecke, ne? Weil so langsam musst du ja anfangen. Und dann noch ein Dünger stehen. Dann müssen wir auch mal gleich nachher. Dann später mal alles wegholen da, ne? Dass das am Hof ist. Eigentlich fehlt uns am Hof auch nur irgendein Schocken, ne? Weil wir im Moment unser Getreide noch so lagern. Was man, glaub ich, eigentlich nicht darf. Ich weiß das nicht genau. Ich hab gehört, man darf nix auf den Boden abkippen. Ich hab's auf den Boden abgekickt. Noch geht meist bloß, ne? Aber da sind ja auch schon 35 Updates reingekommen, ne? Ja, also von da her. Und wir haben da noch Stroh drin. Aber auch wenn wir gleich waren. Von da her, schauen wir mal. Wie der Laden läuft. Jetzt müssen wir einmal sehen, dass wir hier am Tag kommen. Ich weiß gar nicht, in der Ecke habe ich, glaube ich, angefangen, ne? Da müssen wir anfangen. Aufgeklappt ist er. Noch mal an den Hubel. So, hoi haben wir schon mal, ne? Dann läuft. Aber wir brauchen erst ein Bild, ne? Uh! Nies, wenn nie. Ja, aber Top-Bild, wa? So, Abflug. Fertig kriegen. Eigentlich wollte ich Hecke schneiden, ne? Aber Mama sagt nicht. Ist viel zu nass. Morgen soll's wieder regnen, ne? Noch nicht schön. Ist ja nicht so, dass ich mich da drum reiße. Aber dann wäre es endlich fertig. Ende Oktober darf man... Bis Ende Oktober... Ende Oktober darf man Hecke schneiden, ne? Richtig? Richtig. Naja. Viel zu weit gefahren, ne? Egal. Hoffentlich kommt doch ordentlich was zusammen, aber... Ordentlich, ne? Aber, ne? Können wir hier eine Rundfunhalde lagern, ne? Jo, das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. So. Da muss man sich auch immer dran gewöhnen, ne? Das mal wieder anhalten muss. Normalerweise fahr ich immer eine Presse mit Vorpresskammer. Da brauchst du jetzt nicht anhalten. Aber Rundballen, finde ich, kann man am besten stapeln. Ist meine persönliche Meinung, ne? Ich kann dann... Komm damit am besten, klar. Das war knapp. Na, kommt doch ein bisschen was zusammen. Das ist auch ganz gut. Wir brauchen das Zeug auch, ne? Obwohl, so viel brauchst du ja jetzt gar nicht mehr mit Mais Plus, ne? Du musst ja eben wieder aufpassen. Wir bräuchten mehr Grassilage, glaube ich, ne? Ich hab gehört, Grassilage soll die sich... Sveni, red doch mal vernünftig. Du schon und nicht so langsam sprechen. Wurde geradeaus, dann klappt der. Grassilage soll Geld bringen. Müssen wir mal nachgucken. Ich hab das noch gar nicht nachgeguckt. Machen wir mal kurz Handbremse rein. Fuß ist auf der Kupplung. Gibt Grassilage echt Geld? Wisst ihr das? Ganz Pflanzensilage? Nee. Gras aufbereitet. Kannst du auch verkaufen, Gras. Ich wollte hier Grassilage sehen. Maisilage. Grassilage. 287 Euro pro 1000 Liter. Da hat die Person aber echt Bullshit erzählt. Auch schwer? 1000 Euro pro 1000 Liter? Mir aber was verpasste. Egal. Du musst ja nicht immer alles glauben, was die Leute erzählen, ne? Ganz wichtig. Ab und zu auch mal selber gucken. Ich hab mich aber auch gewundert, ey. Und dann hätte ich ja nur noch Grassilage machen brauchen. Dann hättest du ja nichts anderes mehr machen müssen. Oder? Wie viel gibt's bei euch für Grassilage? Jetzt auf Mittel. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Mich würde das echt mal interessieren. Kann man damit Geld verdienen? Eigentlich brauchst du es ja selber, ne? Von daher kannst du eigentlich Coinschmauern toll damit verdienen, ne? Muss man ja auch mal sagen, ne? Ist wohl so. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.